Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit Letzter Schluss. Heute geht es darum, wie ihr ein Ubuntu 18.04 entrümpeln könnt, dass da nicht so viel Ballast drin ist und wie ihr das Ganze auf Ubuntu 20.04 aktualisieren könnt. Ja, die Folien zu dieser Folge haben so ein bisschen Staub angesetzt. Darum habe ich jetzt auch mal so eine Retro-Schrift genommen und bevor das Ganze quasi obsolet wird, dachte ich mir, ich mache dieses Video ja nochmal, wäre irgendwie schade um die Vorarbeit, die ich dafür gemacht habe. Fand ich jedenfalls. Wenn euch das nicht interessiert, dann ignoriert es einfach. Bevor es mit dem eigentlichen Thema losgeht, noch ein bisschen Eigenwerbung. Ich bin der Hauptentwickler vom Software-Verteilungssystem M23. Und daneben biete ich eben auch verschiedene Dienstleistungen an, zu M23 natürlich, zu Linux und freier Software. Ich entwickle Software in diversen Programmiersprachen, ich administriere, ich biete jetzt auch Premium-Online-Schulungen an, Support und Beratung zu quasi allem, was irgendwie mit Linux und Open Source zu tun hat. Im Laufe der Zeit ist auch ein Handbuch entstanden aus diversen Workshops, das Administration von Debian & Co. im Textmodus heißt. Seit neuestem biete ich auch individuelle Premium-Online-Schulungen an. Die können zu verschiedenen Wunschthemen aus dem Linux-Open-Source-Bereich sein, wie zum Beispiel M23 für Entwickler oder eben auch für Administratoren. Dann Administration von verschiedenen Distributionen zum Thema Sicherheit, Free-IPA, Paketmanagement und so weiter und so fort. Da habe ich eine Menge gemacht. Oder eben auch zum Thema Entwicklung. Das kann Pakete bauen sein oder Skriptprogrammierung, Grundlagen von C++ oder ja, diversen anderen Dingen mehr. Sollte das Ganze noch nicht interessant genug sein, so können wir daraus auch ein Online-Escape-Game machen. Dazu habe ich so ein Szenario entwickelt mit Sound-Effekten und je nachdem, worum es in eurer individuellen Schulung gehen soll, kommen da auch spezielle Rätsel dazu, die genau dazu passen. Frag da einfach mal nach. Wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr mein Kontaktformular nehmen und einfach mal fragen, ob wir da was zusammen machen können, ob ihr irgendwie Dienstleistungen von mir haben möchtet, Schulungen oder was zu M23 wissen wollt. So, jetzt geht es aber auch wirklich mit dem eigentlichen Thema los. Ich habe wiederum Skripte vorbereitet, zwei Stück für dieses Mal. Einmal ein Skript, was ubuntu-säubern.sh heißt. Das entfernt einfach Pakete, die ich auf so einem System nicht haben will. Diese Pakete haben mir im Laufe der Zeit irgendwie Probleme bereitet und deswegen habe ich sie entfernt. Und ich entferne eben auch Snap, weil ich das Paketformat nicht mag, weil ich nicht mag, dass ein Demon im Hintergrund läuft, der eventuell gegen Firewall läuft und alles Mögliche tut. Mag ich nicht, das ist eure Entscheidung natürlich. Ich werde in diesem Skript halt zeigen, wie ihr Snap loswerdet. Und wichtig bei diesen ganzen Aktionen, vorher ein Backup machen, kann natürlich was kaputt gehen. Bei mir hat es jetzt eigentlich ganz gut soweit funktioniert. Und auch das Aktualisieren, dafür habe ich ein weiteres Skript gemacht. Von Ubuntu 18.04 auf 20.04, das habe ich Ende letzten Jahres gemacht. Und das hat mit dem Skript, was ich da vorbereitet habe, wunderbar funktioniert. Also das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen, das ist so, wie ich das mache. Bei meinen Systemen funktioniert es. Bei euch kann es funktionieren, muss aber nicht. Macht vorher ein Backup und nicht rollen, wenn es halt nicht klappt. Ja, dann gucken wir uns doch mal an, was ich da so vorbereitet habe. Ich habe hier dieses Skript, was ja das System so ein bisschen entrümpelt. Da sind so Dinge drin, wie den Modem Manager, den möchte ich loswerden, den deaktiviere ich halt. Und damit der auch sofort deaktiviert wird, also nicht mehr läuft, mache ich über Systemctl auch noch einen Stopp da drauf. Also das hier ist für quasi beim nächsten Hochfahren, ich automatisch mitstarten und das ist für sofort beenden. Dann habe ich hier so eine Liste mit Paketen, die ich installieren möchte. Da ist zum Beispiel hier dieser Bluetooth-Demon mit verschiedenen Abhängigkeiten. Brauche ich nicht, wenn ihr das braucht, dann lasst das natürlich weg. Dann hatte ich auf einigen Systemen auch für Tech die Dokumentation drauf. Habe ich nie reingeguckt, brauche ich nicht, schmeiße ich weg. Genauso wie bei Perl, dieses Dokumentationspaket brauche ich auch nicht, also kann es auch weg. Genauso wie alle Pakete, die eine Debug-Version nochmal als Extra-Paket mitbringen, also zu erkennen an diesem DBG für Debug-Pakete, die braucht man eigentlich bloß, wenn man ja die Software, die in diesem Paket gepackt ist, debuggen möchte. Aber im normalen Betrieb braucht man das halt überhaupt nicht, also kann das auch weg. Dann der Exim-Dienst, der im Hintergrund halt Mails lokal zustellt, den braucht ihr höchstwahrscheinlich sowieso nicht auf Desktop-Systemen und der hatte im Laufe der Zeit auch einige Sicherheitsprobleme. Also war die Empfehlung eine Zeit lang sowieso, deinstalliere Exim 4 und nimm was anderes, wenn du es brauchst. Aber bei Desktop-Systemen brauche ich es eigentlich nicht. Denn diese Mails, die mir halt in mein lokales Mail-Postfach zugestellt werden, ich meine, jetzt mal Hand aufs Herz, Wer von euch hat sich die mal auf einem Desktop-System angeguckt, was euer System dort irgendwie reingeschmissen hat? Also es können irgendwelche Fehlerberichte sein, die irgendwelche Programme zustellen und dann in das Root-Konto, in dieses E-Mail-Postfach reinstecken. Ja, keine Ahnung, hat das jemand mal mitgekriegt, dass das irgendwie Sinn macht? Also ich jetzt eigentlich nicht. Ich habe auch von niemandem gehört, dass es so ist, aber naja. Der Avahi Demon, das ist für mich eher so ein problematisches Dings, das versucht mit Geräten innerhalb vom Netzwerk irgendwelche IP-Adressen auszuhandeln. Ja, das hatte ich eher so kategorieproblematisch. Ich meine, da gab es auch Sicherheitslücken in der Richtung und von daher, das schmeiße ich weg. Mir hat es Probleme bereitet, ich habe keinen Nutzen da drin gesehen, aber müsst ihr wissen. Genauso wie Open Resolve, da hatte ich auch Probleme mit, kommt also weg. Das Unattended Upgrades, das installiert halt im Hintergrund Updates. Das ist durchaus sinnvoll, wenn ihr das benutzen wollt. Da ich das Ganze aber im Zusammenhang mit anderen Aktualisierungssystemen verwende, also ich verwende viel Cron-APT oder wenn ich ein System habe, was ich mit M23 betreibe, dann stört das hier eben los. Von daher entferne ich das, müsst ihr selbst wissen, ob ihr es haben wollt oder nicht. Und Mlocate, das ist eben auch so ein Fall, da wird im Hintergrund ein Index über eure Dateien generiert, sodass ihr damit mit dem Locate-Programm schneller halt Dateien suchen könnt. Ich habe das vielleicht eine Handvoll Male über die Jahre verwendet und der Nutzen ist für mich jetzt nicht so groß, dass ich jetzt dieses Auffrischen von diesem Index, was immer relativ viel Ressourcen zu diesem Zeitpunkt bindet, haben will. Also für mich ist das eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ich brauche es nicht und wenn dieser Demon seinen Index aktualisiert, dann fühlt sich so ein System eher trägern. Aber wie gesagt, das müsst ihr wissen, was davon ihr nehmen wollt oder im Zweifelsfall entscheidet ihr, ach, das ist mir egal, bis jetzt läuft es, dann lasst es so. Als nächstes kommt denn das APT Auto-Remove. Das entfernt nochmal Pakete, die als Abhängigkeit zu einem von diesen Paketen hier mit installiert wurden und die keine weitere Referenz haben. Also die werden nicht mehr gebraucht und deswegen kann Auto-Remove die wieder entfernen. Dann mit dem Snap-Demon. Ich mag Snap halt nicht, müsst ihr aber auch selbst wissen, ob ihr Snap mögt, dann lasst ihr das natürlich auch weg, so wie es halt ist. Ich generiere jetzt erstmal über dieses Snap-List eine Liste über die Pakete, die in diesem Snap-Paket-Format aktuell installiert sind. Dann gucke ich erstmal mit diesem wc-l, ob diese Liste halt überhaupt Pakete enthält. Also gt heißt greater than, also größer als 0. Also es gibt irgendwelche Pakete, die mit Snap installiert sind. Und dann gehe ich diese Liste halt Stück für Stück durch, ziehe mir da jetzt wiederum die Liste, teile die eben auf, dass ich den reinen Paketnamen habe und dann schmeiße ich mit xarx, das nimmt mir immer ein Paketnamen aus dieser generierten Liste raus und ruft dann Snap-Remove mit dem Paketnamen dahinter einfach auf und entfernt dieses Paket. Das kann sein, dass sich diese Pakete nicht sofort deinstallieren lassen, weil sie wiederum Abhängigkeiten für andere Pakete sind im Snap-Format. Also wird diese Schleife jetzt so lange durchlaufen, bis wirklich kein Paket mehr hier installiert ist. Nachdem wir diese einzelnen Snap-Pakete deinstalliert haben, entfernen wir auch den Snap-Demon, damit sind wir das Ding auch wirklich los und dieses Purge, was ich hier jedes Mal verwendet habe, also hier oben bei den ganzen Aufrufen, das entfernt das Paket und entfernt auch gleichzeitig noch Konfigurationsdateien, die bei so einem normalen apt-remove oder apt-get-remove eben nicht entfernt würden. Und hinterher auch nochmal, wie ist Auto-Remove, damit auch wiederum Pakete, die von diesem Snap-D abhängig sind, auch entfernt werden, wenn sie ansonsten von keinem weiteren Paket mehr gebraucht würden. Und am Schluss leere ich noch diesen Paket-Cage, also da liegen Debian-Paketdateien drin, die gebraucht werden, um die Software zu installieren, aber die braucht ihr eben normalerweise bloß, um die Software einmalig zu installieren, und danach liegen die auf der Platte oder der SSD einfach brach rum. Das kann einfach weg und mit diesem Befehl hier werden diese Paket-Dateien entfernt und die Software, die dadurch installiert wurde, die bleibt natürlich weiterhin installiert. So, ich befinde mich jetzt auf einem Ubuntu 18.04. Hier, ich mach das nochmal einen kleinen Tick größer. Und damit wir loslegen können, brauchen wir natürlich einmal das Skript. Mal gucken. Ja, ist zum Glück noch in der Zwischenablage. Schauen wir eben nochmal kurz rein in das Skript. Ich habe nämlich noch eine Änderung gemacht. Diese Geoclue-Pakete, die dürfen wir nicht entfernen. Da hatte ich im ursprünglichen Skript einen Fehler drin, sodass es nicht deinstalliert wurde, also war es dann wieder in Ordnung. Aber wenn man diese Pakete jetzt entfernt, dann werden auch gleichzeitig noch Abhängigkeiten mit deinstalliert, wie der GDM zum Anmelden am System und Matter der Fenstermanager und vieles andere, sodass wir hinterher eine Ubuntu ohne grafische Oberfläche haben. Das wollen wir natürlich auch nicht. Also, das hier nicht ausführen. Es sei denn, ihr wollt euer System zerstören. So, die aktualisierte Fassung von diesem Skript findet ihr natürlich auch im Internet verlinkt. Und ja, beim Video ist es noch so ein bisschen zu sehen. Als Hinweis. Das ist eben auch der Grund, warum man in diese Skripte vorher nochmal reingucken sollte, ob da vielleicht noch was Sinnvolles drin steht, was sich geändert haben könnte. So, damit wir jetzt loslegen können, brauchen wir erst mal Root-Rechte. Unter Ubuntu und Linux Mint mache ich das über sudo bash. Und ich kann natürlich auch eine andere Shell auswählen, wenn ich eine andere installiert habe und bevorzuge. Ich nehme aber die Bash dafür. Und jetzt nehme ich dieses Skript, lasse das mit dem Bash-Interpreter einfach interpretieren. Und dann werden diese Pakete halt deinstalliert, die ich in meiner Liste drin habe zum Deinstallieren. Ja, und das dauert halt ein bisschen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo diese Snap-Pakete entfernt werden. Denn diese Fehlermeldungen hier, die sind halt eben darum, weil der Gnome-Calculator quasi so am Ende der Kette steht. Und damit diese Abhängigkeiten richtig deinstalliert werden können, braucht man eine Reihenfolge. Und mein Skript guckt einfach immer, ja, wir haben jetzt noch eine Liste von den Paketen, die noch installiert sind. Und jetzt versuchen wir, die einfach mal zu entfernen. Und wenn das noch nicht geht, ja, dann entfernen wir erst mal was anderes. Und wenn das dann geht, dann machen wir einen neuen Schleifendurchlauf und entfernen immer jeweils das, was zu entfernen ist, bis wir keine Snap-Pakete mehr drin haben. Also das läuft ein paar Mal durch, wirft ein paar Fehlermeldungen. Aber irgendwann sind wir halt diese ganzen Anwendungen auch los. Das ist eben ein weiterer Durchlauf. Diese Core-Pakete für Ubuntu 18 und 20, die werden quasi am Ende denn entfernt. Ja, und jetzt sind wir eben auch durch. Jetzt sind wir Snap-los. Also gibt es halt nicht mehr. Und jetzt sicherheitshalber probieren wir auch nochmal einen Neustart. Nicht, dass jetzt wieder was kaputt gegangen ist, wie bei meinem Testlauf davor. Also wie man natürlich sieht, das Ganze mache ich in einer virtuellen Maschine. Unter Virtual Box. Ja, und jetzt ist die vor allem auch hochgefahren. Ich kann mich weiterhin anmelden und ich habe gleich auch meinen Desktop. So, also soweit hat das Entrümpeln schon mal funktioniert. So, kommen wir jetzt zum Aktualisieren von dem System. Das ist so ähnlich wie die ganzen Sachen, die ich zu dem Aktualisieren von dem Debian 10 auf 11 gemacht habe. Denn das Paketsystem ist ja auch APT, wie unter Debian. Also grundlegend sind die Systeme sich doch relativ ähnlich. Was ich erstmal mache, ich hole mir über APT-GET-Update eine aktualisierte Indexdatei oder verschiedene Indexdateien, wo drin steht, welche Software es auf den Ubuntu-Servern in welcher Version gibt. Und dann mache ich nochmal eine Aktualisierung auf den letzten Paketstand von dem Ubuntu 18.04. Dann wandle ich in den Paketquellenlisten. Da gibt es einmal die Sources-List und verschiedene einzelne Listen-Dateien unter Sources-List.d, unter dem Verzeichnis. Die haben immer die Endung Punkt List. Da wechsle ich jetzt den Codenamen von dem Ubuntu 18.04, das ist Bionic, gegen Focal von 20.04 aus. Also das ist eine textmäßige Ersetzung aus Bionic, wird immer Focal. Und dann hole ich mir die neuen Paketindex-Dateien, wie hier oben auch, aber jetzt eben für 20.04. Dann aktualisiere ich das ganze System. Da werden Pakete aktualisiert, die installiert sind, aber die keine zusätzlichen Abhängigkeiten haben. Wenn jetzt, fiktives Beispiel, der Gnome-Calculator, den ich vorher installiert habe, eine zusätzliche Abhängigkeit für Gnome-Calc irgendwie super duper Dingsbums hätte, dann würde der mit dem Upgrade hier nicht aktualisiert werden, weil er eine zusätzliche Abhängigkeit hat, die es vorher nicht gab. Aber andere Software würde halt aktualisiert werden. Und mit dem Dist-Upgrade hinterher installiere ich eben auch noch diese zusätzlichen Pakete, sodass mein Gnome-Calculator, fiktives Beispiel, auch in der neuen Version da ist und eben auch seinen super duper Abhängigkeits-Dingsbums mit installieren darf. Dann kann es passieren, dass irgendwelche Skripte nicht durchgelaufen sind von Paketen. Da gibt es denn dieses spezielle Fix Broken, damit versucht, apt kaputte Abhängigkeiten oder sonst irgendwas automatisiert zu korrigieren und Pakete zu installieren, damit das Ganze wieder funktioniert. Install bleibt als Kommando da, aber es wird eben kein Paket angegeben. Also das ist schon richtig so, wie es ist. Und danach müssen wir eventuell nochmal so ein Dist-Upgrade hinterher schieben. Das habe ich bei einigen Systemen so gebraucht und danach hat es halt funktioniert. Aber so dieses normale Dist-Upgrade, das ging nicht. Erstmal ein Fix Broken hinterher und nochmal ein Dist-Upgrade und alles war gut. Hinterher entfernen wir auch wiederum diese Debian-Paket-Dateien, die nur zum Installieren von Software gebraucht werden. Ja, und dann entfernen wir wiederum nicht benötigte Pakete und machen am Abschluss nochmal einen Neustart. Und dann sehen wir hoffentlich, dass das alles funktioniert hat. Und nach dem Neustart können wir auch nochmal gucken, ob in der ETC-Issue auch die neue Version drinsteht. Und ja, gucken wir mal. Das ist jetzt dieses gesäuberte und neu gebootete Ubuntu 18.04. Wir haben ein bisschen größer mit STRG und Plus, kann ich das größer machen. So, dann hatte ich mir ja schon abgelegt die Links zu den Skripten. Dann kann ich einmal kopieren und lade ich mir jetzt auch nochmal runter. Und jetzt brauche ich natürlich auch wieder Hutrechte. Und jetzt führe ich auch noch das Aktualisieren-Skript aus. Das legt jetzt auch noch die Index-Dateien für die aktuelle Version, also Bionic 18.04, herunter. Und dann werden gleich auch noch die aktualisierten Pakete für das 18.04 installiert, bevor wir halt den Wechsel auf 20.04 machen. Dann haben wir ja eine größere Chance, dass das Ganze auch wirklich sauber durchläuft. Ja, und hier werden jetzt haufenweise Pakete runtergeladen, die das Ubuntu 18.04 auf den letzten Stand bringen. So, und irgendwann jetzt in dem Bereich, wo ich jetzt nicht hingeguckt habe und den ich auch nicht aufgenommen habe, da hat jetzt die Änderung von dem Bionic zu dem Focal stattgefunden. Denn jetzt lädt APT schon die Pakete für das Ubuntu 20.04 runter. Und das dauert auch wieder. Ja, wie sollte es anders sein. Irgendwann später gucke ich auch nochmal wieder drauf und dann nehme ich irgendwie die Zielgerade eventuell mit auf oder auch nicht. Mal schauen. So, eine kleine Zwischenfrage. Da wird jetzt gefragt, ob, ja, Dienste, die im Hintergrund laufen, neu gestartet werden, wenn die Bibliotheken aktualisiert werden, die diese Dienste benötigen. Also, da sage ich eigentlich immer ja, denn ich will eigentlich immer auf dem aktuellen Stand sein. Also, dass die Dienste auch neu gestartet werden und mit den neuen Bibliotheken arbeiten. Und ich hatte bis jetzt auch noch nie Probleme damit. Selbst wenn ich auf entfernte Server zugegriffen habe über SSH und dann wird zum Beispiel wie auch die Libc aktualisiert, dann hängt auch der SSH-Demon davon ab. Und, äh, also ich hatte da auch keine Unterbrechung bei. Also, das funktioniert. Bis jetzt habe ich nie was Negatives dabei, ja, gehabt. Aber, wie gesagt, müsst ihr selbst ausprobieren. Nicht jammern, wenn es hinterher nicht geht oder so. Aber in diesem Fall sage ich jetzt auch ja. So, und der Display Manager muss auch neu gestartet werden. Ja, das machen wir denn hinterher, wenn es durchgelaufen ist. Also, einmal abnicken. So, das ist soweit, denke ich, immer durchgelaufen. Ich habe jetzt den Zeitpunkt verpasst, wo es gerade fertig war. Dann hat es automatisch einen Neustart gemacht, wie es auch im Skript steht. Und jetzt darf ich mich anmelden an dem hoffentlich aktualisierten Ubuntu. Ja, wir haben schon mal ein anderes Hintergrundbild. Und hier auf der linken Seite bei dieser Leiste hat sich optisch auch so ein bisschen was geändert. Mal gucken. Das Terminal. Ja, die Icons haben sich jetzt auch irgendwie geändert. Und jetzt gucken wir nochmal rein. Und jetzt haben wir das Ubuntu 20.04. Mal gucken. Er hat uns jetzt wieder einen Snap untergeschoben. Also, wir... Also, im Update kommt das leider doch wieder mit. Wüsste man jetzt wieder ein bisschen aufräumen. Und... Was ich kurz gesehen habe, ist, dass der Firefox... Noch als Debian-Paket mitkommt. Gucken. Kann mich auch da geirrt haben. Und... Ja, da ist auch noch der Firefox drin. Denn, wenn ich mich richtig erinnere, wollte Canonical eigentlich möglichst viel als Snap ausrollen. Und eben auch den Firefox. Und ich dachte, das wäre jetzt auch eben bei 20.04 schon als Snap mit drin. Ja, also, Snaps sind keine installiert. So wie es auch sein sollte. Aber das Snap-Demon ist wieder mit dabei. Hätte ich wahrscheinlich noch als Pinning irgendwo setzen müssen, dass er halt nie wieder nachinstalliert wird. Ich glaube, bei Linux Mint, da machen sie eben auch sowas, damit sowas nicht passiert. Also, wenn ihr eine Distribution haben wollt, die... Ja, auf Ubuntu basiert, aber keine Snaps mitbringt, dann verwendet Linux Mint. Ja, also, das Aktualisieren hat soweit funktioniert. Also, das System läuft. Jetzt in der neuen Version. Ja, das war's dann auch für dieses Mal. Viel Spaß beim Aktualisieren von Ubuntu 18.04 in dieser Retro-Folge auf 20.04 beim Entrümpeln. Und, ja, macht es nach. Lasst es bleiben. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Abonnieren und Glocke drücken und so weiter. Weitersagen und bis dann. Und tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017